Ich bin eine der Überlebenden. Ich wurde als Kind verpflichtet von den Nazis in einer KZ-Küche. Ich bin leben geblieben, aber die Frauen, mit denen ich zusammen war, die jüdischen Frauen, sind alle vernichtet worden. Und das ist der Grund, warum ich politische Lieder singe. Das ist der Grund, warum ich mit Frauen in den letzten drei Jahren 3000 Kilometer durch Europa gegangen bin und für ein atomwaffenfreies Europa demonstriert habe. Und es gibt keine Verteidigung. Aber ich glaube, stark kann man werden durch Frieden. Und wir, wir die Friedensbewegung, wir Frauen, Männer und auch jetzt Kinder und Jugendliche, wir werden weitermachen. Wir. Wer soll das denn sonst machen? He is a strange and bitter cry. Wir. Wer. Wer. Untertitelung des ZDF, 2020